Hertha BSC empfängt heute RB Leipzig zum Topspiel des Bundesliga-Samstag. Hier habt ihr die Möglichkeit das Spiel im Live-Dekker zu verfolgen. Dieser Artikel wird fortlaufend mit allen wichtigen Neuigkeiten zum Spiel aktualisiert. Vor Beginn, Schiedsrichter der heutigen Partie ist Dennis Eytekin, assistiert von Christian Dietz und Eduard Baltinger. Vierter Offizieller ist Christian Leicher, Frank Willenborg und Pascal Müller hocken im Kölner Keller. Vor Beginn, vor dem Anpfiff steht noch ein ganz anderes Thema im Mittelpunkt. Nach den Krawallen in Dortmund verbietet die Hertha heute das Mitbringen von Banner und Blockfahnen. Das sorgt dafür, dass die Ostkurse einen Stimmungsboykott angekündigt hat. Tatsächlich ist der Block noch ziemlich leer. Vor Beginn, Paldada strutzt vor dem Duell mit Leipzig viel Mut und Selbstvertrauen aus. Wir haben am Samstag eine Riesenchance und sind entsprechend motiviert. Ich habe ein sehr gutes Gefühl, so der 42-Jährige auf der Spieltags-PK. Sein Gegenüber Ralf Rangnick erklärte, es wird eine enge Partie. Die Berliner haben nach uns die zweitwenigsten Tore kassiert. Vor Beginn am vergangenen Spieltag kastierte die Alte Dame in Dortmund und kam in der Nachspielzeit durch einen verwandelten Elfmeter von Kalou noch zum 2-zu-2-Ausgleich. Die Leipziger mussten sich im Heimspiel gegen Schalke mit einem torlosen Römi zufrieden geben. Schon eine Woche zuvor spielte die Rangnick Elf in Augsburg 0-zu-0. Vor Beginn im Berliner Olympiastadion kommt es zum Duell zweier Teams, die punktgleich auf den Rängen 7, Leipzig und 8. Hertha stehen und mit einem Sieg auf den 3. Tabellenrang vorrücken können. Außerdem haben beide Mannschaften bislang erst eine einzige Niederlage in der Liga passiert. Hertha BSC gegen RB Leipzig Die Aufstellungen, so spielen Hertha und Leipzig. Aufstellung Hertha BSC Die Vorberichterstattung beginnt bereits um 17.30 Uhr, Kommentator ist Kai Dittmann. Wer ein Sky-Abonnummer besitzt, kann das Spiel auch als Livestream über das Angebot von Sky Go sehen. Alle, die die Partie nicht sehen können, haben ab Montag, 0 Uhr 1, die Möglichkeit, die Highlights aufs Box zu sehen. Alternativ bietet DAZN die Zusammenfassungen der Bundesligaspiele bereits rund 40 Minuten nach Abpfiff an. Hertha BSC RB Leipzig Die bisherigen Aufeinandertreffendatum Wettbewerb Heimteam Auswärtsteamergebnis 17. Dezember 2016 Bundesliga Leipzig Hertha 2 00605 2017 Bundesliga Hertha Leipzig 1 417.1 2.201 7 Bundesliga Leipzig Hertha 2 312.05 201 8 Bundesliga Hertha Leipzig 2 zu 6 Bundesliga 1 2 1 2 2 3 5 6 10 10 11 11 12 12 12 13 13 14 15 15 17